Musik Wir sind hier in der FZI Außenstelle in Berlin, ein Standort, den wir ganz bewusst gewählt haben, weil Berlin ein Schmelztiegel an Innovation, an Kreativität, wo es sehr viele spannende Firmen für uns gibt, wo wir einen Beitrag liefern können mit der Informationstechnik, mit der wir uns wissenschaftlich beschäftigen und wo wir auch viele kulturelle Zusammenschlüsse und Austausch haben, mit jungen Menschen hier arbeiten können und wo es für jeden viel Charme hat und hochspannend ist, in Projekten am FZI zu arbeiten. Musik 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 Musik